Wir sind im Frühling und wir sind in Genf in der Schweiz. Europäischer Sitz der Vereinten Nationen und des Internationalen Roten Kreuzes. Schwergewichte der Uhrenindustrie, der Genfer Autosalon und natürlich der Schweizer Käse. Das sind einige der Dinge, an die man bei Genf unwillkürlich denkt. Höchste Zeit also, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und die Stadt in der Westschweiz einmal ganz anders zu entdecken. Wie könnte man zum Beispiel eine Stadt schneller und besser entdecken als durch die Augen der Einheimischen? Seit Beginn dieses Jahres verraten Schriftsteller, Redakteure, Künstler und DJs ihre Geheimnisse und Tipps und Lieblingsaktivitäten in dieser Stadt. Mittagessen auf Rädern und Brunch auf dem Wasser? Das Konzept ist einfach. Auch das geht. Auch das ist Genf. Frisch zubereitetes gesundes Essen auf die Hand für jedermann und das an verschiedenen Orten in Genf. Diese Food Trucks sind Küchen auf Rädern, die an sechs zentralen Plätzen der Stadt mexikanische, italienische, amerikanische, bretonische und europäische Spezialitäten sowie Salate anbieten. Sie sehen an nur einigen Beispielen Genf kann neu, Genf kann anders. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020